Als Erlaubnis oder Genehmigung wird ein Verwaltungsart bezeichnet, mit dem das grundsätzliche Verbot eines Verhaltens im Einzelfall aufgehoben wird. Dabei unterscheidet die deutsche Rechtslehre die beiden Fallgruppen der Kontrollerslaubnis und der Ausnahmebewilligung. Kontrollerslaubnis diente das grundsätzliche Verbot nur dazu, der Verwaltung vorweg die Prüfung der Rechtmäßigkeit im Einzelfall zu ermöglichen, ist die Genehmigung zu erteilen, wenn keine Versagensgründe vorliegen. Man spricht dann von einer sogenannten Kontrollerslaubnis. Die Norm, die die entsprechende Erlaubnis aufhebt, wird auch Verbot mit Erlaubnisvorbehalt oder auch präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt genannt. Typisches Beispiel für eine Genehmigung dieses Typs ist die Baugenehmigung. Ausnahmebewilligung Wenn dagegen das grundsätzliche Verbot den Zweck hatte, das fragliche Verhalten minus etwa wegen seiner Gefährlichkeit minus generell zu unterbinden, liegt eine sogenannte Ausnahmebewilligung vor. Das entsprechende Verbot wird dann auch Verbot mit Befreiungsvorbehalt genannt. Widerruf der Erlaubnis Der Widerruf einer rechtmäßig erteilten Erlaubnis ist nach den Grundsätzen über den begünstigenden Verwaltungsart zu regeln. Ein Widerrufsvorbehalt wäre nur statthaft, wenn das angewendete Gesetz dies ausdrücklich zulässt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017